höh leute wo sind wir denn hier und hey leute der gaming team hier herzlich willkommen zu einem neuen video wir spielen heute das erstmal snake io ich hab's ich bin nicht der größte profi und ich hab's jetzt auch gerade gesehen noch in meinen ganzen spielen auf meinem handy und wir haben hier direkt den ersten kill gemacht und zwar werden wir größer indem wir hier diese punkte auf dem boden einsammeln und ja wir sind so eine schlange und dann ist gerade einer gestorben da klinge aber glaube ich nichts mehr ab schade genau also wir werden größer indem wir die punkte einsammeln und um sich unsere länge quasi und wir können hier auch boosten dann sind wir sehr schnell und ja der erste ist gerade pieces okay ich würde sagen wir gehen die direkt zu den rüber und nehmen den hier nochmal mit auch unterwegs richtig geil habe ich schon hier zwei kill und jetzt gehen wir mal zu dem platz eins das ist jetzt auch so deso hier ist auch gerade einer gestorben da schnabulieren wir uns natürlich einen ab so hier der blaue ist das noch nicht sondern hier der blaue okay so und wir haben jetzt schon hier fast die 500 kommt er denn jetzt her wenn die einmal ein bisschen mussten unter alter wir haben den boskel oh mein gott also wir haben jetzt schon tausend fast ein mein gott double kill den den kreis ich eigentlich Leute ich bin der größte profi alter 300 abstand zu dem platz 2 okay das ist krass so dann gucken wir mal hier ein bisschen bei dem roten den irgendwie hier klingen können sieht aber nicht so danach aus jetzt können wir in einen kreis jetzt müsste der rein die skippen wir mal schnell so ich habe auch schon ein paar skins eingeschaltet ich würde sagen wir nehmen jetzt mal hier die katze und dann geben wir hier meine nächste runde rein und mal schauen ob die katze sind es mehr glück bringt und hoffentlich kriegen wir den ja auch direkt oder auch nicht ja schreibt mal in die kommentare wie ihr findet ob ich das mal öfters bringen soll und genau johnny ist gerade auf dem rückweg von dänemark tatsächlich war nämlich in dennoch für eine woche glaube ich oder so und ich bin gerade noch im harz bis sonntag abend und da kann ich auf jeden fall auch wieder täglich videos aufnehmen und ja genau jetzt mache ich immer ein kleines hier ist der boss schade das war ein bisschen zu riskant werbung kein bock so das und werbung das ist richtig geil und jetzt nehme ich immer einfach den grünen hier der sieht ganz gut aus mit den mit dem club schaden davon und die qualle die will ich so ein bisschen dran weil wenn die stirbt und wir alles kriegen dann ist das schon schon dann haben schon so 500 das dann schon ganz ordentlich so deswegen bleiben wir hier mal gerade ein bisschen an der dran und drehen uns einfach aber die bist nicht so ich kann das auch mal umben nehmen weil ich möchte ich mal so heißen muss auch dein Name ist dann am schaden und hier ist wieder der baby sneak so der wird jetzt noch mal gekillt jetzt haben wir ja jetzt kommen und er staubt er staubt komplett ab oh mein gott er ist ja so ein abstauer das liegt hier sogar noch vor dem wow ihr könnt ja auch keine bergung aufgeben und das kostet irgendwas und genau wir nehmen jetzt hier einen anderen weil er hat nicht so glück gebracht nehmen wir den fischi fischkopf leri und hier liegt auch direkt was geil älter jo was geht denn jetzt ab wir haben direkt 400 also fast 400 jo digger jo jo okay leute für den schaden müsst ihr einen like und ein abo da lassen so den haben wir hier weggesnackt weiter weiter wir haben jetzt schon tausende und die runde ging gerade mal seit 10 sekunden oder so so das ist schon krass so oh mein gott ich bin ich bin so dumm ich hab so gepennt oh mein gott oh mein gott oh mein gott leute alle hashtag lost in die kommentare oh mein gott oh mein gott oh mein gott das war ja immer los alter ich hab auch richtig bock gleich mit Pizza wir haben nämlich Pizza bestellt bei Dominos ja genau wir waren heute auch in der Trittschule richtig nice und da war es sehr sehr nass und kalt weil wir waren so ungefähr 50 Meter unter der Erde so und mussten erstmal 200 Meter hochlaufen offenbar sehr entspannt und dann waren wir auch noch auf einem Berg der hieß so Torf Torfhaus oder sowas keine ahnung und wir haben den Boss wir haben den Boss und es kriegt keiner was es kriegt jeder was ab also das das ist so unfair der Nacht oh mein gott alter Leute was sagen wir die Runde machen wir jetzt noch nein ich will keins kennen so die Runde machen wir jetzt noch und wenn wir es das nächste Mal sterben ist das Video zähne auf jeden Fall hier jetzt nochmal eine kleine Challenge nebenbei und wir haben hier alles wir haben alles gefühlt direkt 300 400 sogar oh mein gott oh mein gott oh mein gott wir haben ja alles oh mein gott oh mein gott easy easy Leute hier nochmal eine kleine Challenge nebenbei daraus gemacht deswegen nochmal ganz nice glaube ich so ist und da liegt noch ein schönes Teil was nochmal 10 bringt oder halt nur 4 alles klar und wenn ich mir direkt den nächsten gelb alter wir kriegen wir wir kriegen wirklich alles wir haben wirklich alles bekommen tausend let's go das sieht auch wieder wild aus ne oerh oerh oerh